Hallo Matthias, aka Kobo. Ja, immer wenn ich deinen Namen sage, fällt mir ja ein Liedchen ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Buenos dias, Matthias, wir sind wieder da. Schönes Karnevalsliedchen, aber ich glaube, bei euch gibt es aber gar nicht. Ja, du hattest gefragt, welches ist aktuell mein liebstes kooperatives Spiel? Ich habe es schon mal hier hingestellt, aber wie du ja weißt, vielleicht bin ich ja nicht so der kooperative Spieler, ja. Ich mag ja lieber die Auf-die-Fresse-Spiele. Und hier ist ein kooperatives Spiel, wo es aber auch auf die Fresse gibt, muss ich sagen, ja. Denn wir haben hier diesen bösen Doktor Fu, der möchte das Universum zerstören, ja. Und wir versuchen halt, seine Zeitmaschine zu zerstören. Er reist halt in die verschiedenen Zeitalter und ja, wir versuchen das halt zu verhindern, ja. Der böse Doktor Fu schmeißt uns dann Duplikate von sich in die verschiedenen Äras und er schmeißt uns Zerrisswürfel. Schmeißt er uns da noch rein, ja. Und versucht uns da halt zu hindern, seine Zeitmaschine zu zerstören. Und wir haben halt die Aufgabe, die Zeitmaschine zu zerstören. Das Ganze ist ein kooperatives Deck-Building-Spiel. Ja, wir haben da die verschiedensten Karten, nachdem dann Doktor Fu sein Unheil verrichtet hat, ja. Und seine Duplikate überall verteilt hat in der Zeitmaschine und seine Zerrisswürfel, sind wir halt dran und können unser Kartendeck ausspielen. Zunächst haben wir ein Startkartendeck von sechs Karten und hinterher kommen halt immer wieder Karten dazu, die wir durch verschiedene Aktionen bekommen. Und was mir auch besonders gut gefällt hier, sind die Namen dieser Karten, ja. Ich halte es mal hier rein. Ihr habt ja die verfluchte VHS-Kassette. Vielleicht für die jungen Leute bis 20 nicht so lustig oder bis 30. Aber für mich ja, ich kenne auch die VHS-Kassette, die man so ein bisschen aufgerollt hat, ja. Wenn sie mal verflucht sich rausgefädelt hat. Oder hier, auch was für die jungen Leute, die abgelaufene Currywurst haben wir dann noch. Oder hier, ganz speziell für mich, das Haarteil der Macht, ja. Ja, wie gesagt, ist echt ein schönes kooperatives Spiel und macht auch echt Spaß aufgrund dieser Karten. Man guckt immer, ja, dann ist da ein Geschmunzel am Tisch. Oh, was habe ich denn hier für eine Karte? Da sind noch viele mit so komischen Namen dabei. Und neben dem Spaß kommt natürlich die Action am Tisch, nicht zu kurz, ja. Und die Grübelei. Man muss tatsächlich überlegen, puh, Dr. Fu reist immer von einer Zeit-Ära in die andere, ja. Wenn er jetzt da vorne hinkommt, wir haben schon drei Steine da liegen. Maximal dürfen ja nur vier rein. Also bei vier ist die Maschine zerstört. Aber machen wir, sollen wir erstmal die Steine entsorgen, ja. Entsorgen wir die Duplikate. Oder versuchen wir die Aufgaben zu lösen. Denn es gibt ja verschiedene Szenarien und im ersten Szenario zum Beispiel muss man versuchen, vier Aufgaben zu lösen, ja. Das ist verschiedene Würfel zu entfernen, Duplikate zu entfernen und all sowas. Ja, rundherum, ihr merkt, ein kooperatives Spiel, was mir tatsächlich auch gefällt. Ich hoffe, das hast du auch in deiner kooperativen Sammlung, Matthias. The Loop mit dem bösen Dr. Fu. Dann freue ich mich auf die anderen Beiträge. Schönen Advent und wir sehen uns die Tage. Euer Olli von Brettspiel Daddy. Tschüss.